Ja Rockmaster B Sportunion Neckarsol Gegen den SSV Ulm Neunter Vierter, meine Freunde Und jetzt, wenn wir jetzt treffen Ist die Papi entschieden Hau das Ding rein Wir sind im Halbfinale Wir sind im Halbfinale Guck mal, unser Gegner steht Drei Klassen über uns, der WLV-Pokal Da stehen wir drüber, Jungs Ich weiß, sie müssen üben und wir haben den Halbvorteil Ihr Name ist in unseren drin Der König hat den Halbvorteil, wir sind die Außenseiter Wir sind eigen, was ich schätze Der Pokal die Sensation, er hat eigene Gesetze Und wir fighten und ich rappe Und kurz bevor ich Alter sage Gewinnen wir das Ding Guck, jetzt sind wir schon im Halbfinale Ihr wisst es doch genau Das hier ist dort unser Kampf Sportunion Neckarsol Wir rocken das Unterland Blau und Schwarz Es sind unsere Farben KD ist unser Boss Er will ein Wunder haben Wir schießen Tore, keine Spatzen Kritiker, sie meckern rum Der König von Halbbronn Rappt heute auch für Neckarsol Egal bei welchem Wetter und egal was auch die Presse sagt Das ist Neckarsol Der 9.4. wird der beste Tag Der 1 ist Nummer 20 Wir kämpfen für den Anstieg Egal wie die Sache ausgeht Wir kennen diese Angst nicht Es ist Neckarsul Wir gewinnen sicherlich Komm zum Spiel des Jahres 9.4. Pichterich Der 1 ist Nummer 20 Wir kämpfen für den Anstieg Egal wie die Sache ausgeht Wir kennen diese Angst nicht Es ist Neckarsul Wir gewinnen sicherlich Komm zum Spiel des Jahres 9.4. Pichterich Wir werden gemeinsam den 9.4. ansteuern Jeder Neckarsul Immer wird feiern und euch anfeuern 90 Minuten zwischen Abwehr und Angriff Offensiv, defensiv Ich warte auf den Anpfiff Wir stehen wie ein Bollwerk Manche mögen diesen Dichter nicht Rock, Master, Beat Ja, ich schreibe auch im Lichter Ich verlieren werdet ihr sicher nicht Checkt nochmal die Rhyme-Kette Elfmeter, kein Problem Wie damals unser Rhein-Neckett Ich bin sehr zuversichtlich Wenn ich auf die Texte schau Schaut einfach auf den Ball Ihr besiegt den SSV Lasst die Welle machen Lasst sie Favorit sein Ihr seid hier zu Hause Und sie bringen keinen Sieg Ich wörter auf den Beatrun Mit der Message im Kopf Geht es heute nicht darum Wer hier der Chef ist am Block Ich sag es euch nochmal Das hier ist wird unser Kampf 9.4. das beste Team im Unterland Von der 1. bis Nummer 20 Wir kämpfen für den Langstieg Egal wie die Sache ausgeht Wir kennen diese Angst nicht Es ist Neckarsul Wir gewinnen sicherlich Komm zum Spiel des Jahres 9.4. Pichterich Von der 1. bis Nummer 20 Wir kämpfen für den Langstieg Egal wie die Sache ausgeht Wir kennen diese Angst nicht Es ist Neckarsul Wir gewinnen sicherlich Komm zum Spiel des Jahres 9.4. Pichterich Rote Tor Sensationell! Ist das ein Tor? Ist das ein Hörbos Tor?